Servus, was geht? Ich bin's wieder, euer Alfa Red Gaming mit einem neuen Planvideo ab. Start mit Fortnite, Hashtag 159 von 19 bis 22 Uhr am Dienstag, Donnerstag. FIFA 19 Ultimate Team, Hashtag 46, 18 Uhr 30 bis 20 Uhr 30, die Rewards. Und GTA Online im Anschluss, Hashtag 51 von 20 Uhr 30 bis 23 Uhr. So, Freitag, FIFA 19 Ultimate Team, Hashtag 27, Wiegenklick, Anfang von 17 bis 20 Uhr. Und dann wird am Samstag richtig durchgebrellert, 6 Stunden Livestream. Offnas, FIFA 19 Ultimate Team, Hashtag 48, 9 Uhr bis 15 Uhr durchgebrellert. So, GTA Online, Hashtag 52 von 22 Uhr bis 1 Uhr, dann noch am Samstag. Am Sonntag, nur Fortnite, Hashtag 160 von 13 bis 16 Uhr. Das ist der Plan für diese Woche. Ja, diese Woche wird Sonntag ein bisschen ausgelassen, weil ich ja auch am 24. Juni Geburtstag habe. Das wisst ihr, die meisten wissen es ja natürlich. Und ja, will man halt den Abend mit seinen Liebsten verbringen. Also, wir sehen uns dann am Dienstag um 19 Uhr in Fortnite. Bis denen, hau denen, euer Everett Gaming und ciao.